Heute machen wir uns einen schönen Weihnachtsengel. Alles was wir brauchen ist schönes schickes Papier, ein Strick, eine Nadel und eine Kugel. Jetzt falten wir das Röckchen einmal links und einmal rechts und wieder links und wieder rechts. Und mit den Flügeln geht das genauso. Da ist das Papier ein bisschen größer, aber sonst alles genauso falten. So, wir haben es jetzt hier durch, das Röckchen. Das kommt nach unten und das nach oben. Beide Strecke kommen jetzt durch die Flügel und obendrauf noch eine Holzkugel. Machen wir die Flügel durch. Nummer eins und Nummer zwei.